Musik Ja, dann möchte ich auch noch ein paar meiner allerbesten Tauben aus der jetzigen Zeit vorstellen, die auf der Olympiade erfolgreich waren. Hier haben wir den 237. Musik Eine meiner besten Reisetaube der letzten Jahre, hat fünf erste Preise gegen große Taubenzahlen und war erste Olympiadetaube in Polen in diesem Jahr auf Weitstrecke Dachfrontflüge. Musik Diese Taube ist etwas ganz Besonderes, bei jedem Flug oder nach jedem Flug konnte man ihr den Flug nicht ansehen. Ich war nie müde, man hätte es schon am Nachmittag wieder einsetzen können. Ich denke, dass ich so einen Vogel in den nächsten Jahren so schnell nichts wieder bekomme. Ich werde zwar daran arbeiten, aber das ist natürlich sehr, sehr schwer. Musik Die nächste Olympiataube ist die 934. Musik Eine Schwester zu 237, die hätte auf der Olympiade in drei Kategorien ausgestellt werden können. Mit Font, Vitesse und Allround und hat nur um ein paar Kilometer sogar die Dachfontkategorie versäumt. Vater ist 206 von Maya und Mutter von Dr. Langheim. Eine volle Schwester zu 237, hat zwar keinen ersten Preis, aber ausreichend Preise. Zweite, dritte, vierte, fünfte und war wohl auch eine meiner allerbeständigsten Tauben, die ich jemals hatte. Die Taube, die in diesem Jahr nahtlos an die beiden vorherigen Tauben reisemäßig anknüpft, ist die 935. Die 935 ist zweijährig, hat im vergangenen Jahr schon zwei erste Konkurse geflohen als jährige. Und in diesem Jahr drei erste Konkurse. Einen ersten Konkurs ab Charlong bei 16.000 Tauben. Einen weiteren von Chateru, Nationalsiegerin, bei über 10.000 Tauben. Und auf dem Endflug, wir zonen den ersten, sodass zwei erste auf Weitstrecke Dachfront und ein erste auf Mittelstrecke in diesem Jahr von dieser Taube schon errungen wurden. Also in zwei Jahren fünf erste Konkurse. Auch hier ist Eltern aus Linie Big Boss von Röpa, beziehungsweise das Beste von Vandenburg, Kittel mal Guderode. Und da hoffe ich für die nächsten Jahre noch viel Freude dran zu haben. Speziell für Pippa habe ich auf Wunsch von Thomas ein paar Tauben gezüchtet. Aus 237 Olympiataube, aus 934 Olympiataube, aus Eltern von 935, aus 935 selber und aus 803, die möglicherweise in diesem Jahr auch noch bei NPO, beziehungsweise wie Heftzebäte, einen vorderen Platz belegt. Ich hoffe, dass ich Pippa damit auch glücklich machen kann.